Werden wir heute die 1000 Desaster überleben, Freunde? Das ist die Frage. Es wird richtig wild. Es können komplett verschiedene Desaster passieren. Und wir werden gucken, wie lange wir sie überleben. Wenn euch dieses Format gefällt und diese Folge haut gerne auf den Like und auf den Ab-Button. Ich würde sagen, ich quatsch gar nicht mehr so lang, Freunde. Es geht hier auch schon los. Oben seht ihr, in vier Sekunden geht das nächste Desaster los. Ich bin mal ganz gespannt. Jaws? Was soll das sein? Hä? Was ist das? Kann mir das jemand in die Kommentare schreiben? Denn ich habe ja schon mal ein paar Mal so eine Folge hiervon gebracht. Also, ja, das hier ist so die nagelneuste Version. Und ich glaube, da gibt es ein paar coole neue Sachen. Das nächste Desaster. Mal gucken, was jetzt hier kommt. Okay, und es ist ein riesiger Asteroid. Oh Gott, von wo kommt er? Ich frage noch, von wo er kommt. Guck euch das mal an. Oh Gott. Trinken wir das mal hier und... Wow! Einfach die Ultraschockwelle am Start gewesen. Ja, moin. Na, als nächstes Desaster. Okay, ein Ufo am Start. Wir dürfen, glaube ich, nicht in den Lichtpegel kommen, ne? Oh, da hat schon einige erwischt sich gerade. Den auch. Nein. Hey! Hey! Ich habe gar nichts gemacht! Ey, sag mal, nee, ne? Hau ab. Nein. Nein, bitte nicht! Nein, Freunde! Sag mal, der jagt ja nur mich! Ich habe mich so gut geschlagen. Na, was kommt als nächstes Desaster? Und dieses Mal... Roboter! Oh Gott. Aber... Ah! Schnell, hier hochspringen mit dem Luftballon. Das geht, ja? Und kann ich hier auf dem Schild drauf landen? Dann können sie mir eigentlich nichts... Oh, nee, ne? Ah! 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 Nein! Hau doch jetzt bitte ab, ihr blöden Roboter! So, hier oben bin ich, glaube ich, sicher. Hier oben sollte ich sicher sein, ne? Sammeln die sich da unten? Ja, macht doch, was ihr wollt! Guck mal, die reitet sogar auf den Robotern, sag mal. Ah, die ist auf jeden Fall King am Start. Wir können auf jeden Fall, für die, die es nicht wissen, wir können uns nach jeder Runde, die wir überleben, kriegen wir Geld. Und wir können uns von dem Geldspiel auch noch Waffen kaufen, dass wir zum Beispiel halt gegen so welche Roboter überleben. Wir können mal kurz gucken, wie viel Geld ich habe. Also, ich habe jetzt gerade 600 Dollar. Okay, und hier seht ihr zum Beispiel, wir können hier so einen Noob-Tube kaufen für 540 Dollar. Okay. Einen Cheeseburger für 30. Oh, den hat er sich anscheinend gerade gegönnt. Den haut er sich auch direkt rein. Was kommt jetzt für ein Desaster? Okay, anscheinend Schwerterkampf, ne, glaube ich? Hey, lol, was soll das für ein Desaster hier sein? Lol! Lol, einfach so Waffen am Start. Ah, hau ab, bitte schießt sie auf mich. Oh. Schnell Waffe rausholen. Freunde, wir holen die Waffe raus, wir holen hier den nächsten. Ja. Hau rein, hau rein, das war's. Ja, den haben wir aber weggelasert, ne? Warte mal, kriegen wir den da oben auch noch? Gilt das auch noch? Pass auf, wir gucken mal hier oben. Und den hier. Ah, ja, weggelasert, sehr schön. Wo ist der Nächste? Na, sie da hinten. Und? Ja, nicht getroffen, leider, glaube ich. Und jetzt? Schon wieder nicht getroffen. Okay, aber dieses Mal? Ey, sag mal, die hat doch irgendwas. Ich glaube, die ist übelstark oder so wahrscheinlich, oder? Was haben wir denn hier eben noch aufgesammelt? Was ist das? Mach, dass es aufhört. Der hat einfach mal rumgeschrien. Oh, die haben wir auch weggelasert heute. Also, ich brauche mir gar keine Waffe mehr kaufen. Diese Laserpistole ist einfach das Geilste, was es gibt. Springen, weißt du, springen hier oben einfach drauf, so. Und die Laserpistole raus. Ja, was ist los? Ja, was wollt ihr denn, hä? Was willst du? Ja, dich laser ich. Oh, außer sehnt die gelasert. Dich laser... Oh, hau ab, hau ab. Oh, nein. Vulkanausbruch ist das Nächste. Du bist weggelasert, sehr schön. Auch du da oben, komm. Ah, 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 ah. Hä? Ja, weggelasert, sehr schön. Wo ist der Nächste hier? Brudi, tschüss. Ja, Freunde, das macht ja auch noch mal Bock mit dieser Laserpistole. Oh, da drinnen versteckt sich noch einer. Ja, und auch du bist... Auch du bist gleich weggelasert. Und ja, das war's auch mit dir. Tschüss, du bist jetzt im Jenseits. Sehr schön. Oh, was macht er da? Also, so viele dürfen hier auch gar nicht mehr leben, glaube ich, oder? Er will... Er versucht doch wegzuhauen. Er versucht abzuhauen. Ja. Oh, ihr müsst doch jetzt alle sauer sein. Komm, die holen wir direkt noch einmal. So, weg mit euch hier. Und auch du, weg mit dir, Freund. Wir holen die einfach alle weg. Okay, nächstes Disaster sind... Noobs? Hä? Loll. Ah, Noob! Nein, der hat mich berührt. Doch, nein, sobald die... Ach, sobald die sich berühren, explodieren die. Loll. Das sind auch richtige Noobs, glaube ich. Es startet das nächste Disaster und es sind... Zombies! Oh Gott, Freunde. Oh Gott, da ist schon einer gewesen, ja? Da ist schon... Das ist ja... Na, aber hier oben sollte der uns eigentlich nichts können. So wie bei den Robotern, oder? Ich würde mich... Ah, komm, Freunde, komm. Ich würde sagen, YOLO. Wir gehen mal hier auf Zombie... Ah! Oh Gott, der hat mich einmal getroffen schon. Wir gehen mal hier auf Zombiesuche. Und ich hoffe, dass ich mir jetzt hier beim Shoppenpark ein paar coole Sachen kaufen kann. Wie viel Geld habe ich mittlerweile? 625. Nur, was kann ich hier kaufen? Moonwalk Potion? Ah, holen wir ab! Nein, jetzt habe ich mir ausgesehen hier so Sachen gekauft. Was habe ich mir hier geholt? Kann ich hier drauf landen? Nee, geht natürlich nicht. Hier. Hier. Hä? Was ist das? Was ist das? Das habe ich mir hier gekauft. Und hier auch so ein Super... So ein Shake. Oh! Hä? Lol, lässt der Shake mich etwa unsichtbar machen? Ich glaube, ja. Und Paintball! Schnell! Feuer! Hier, auf den hier, auf den hier. Ja, der ist down, der ist down. Nächste, nächste, nächste. Komm, du hast das Wasser auch gleich mit dir hier. Ja, 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 ja. Freunde, der kann ich ja kein Leben abziehen. Der kann ich ja gar kein... Wir müssen hier schnell trinken. Los. Und, ja, alles gut. Okay, okay. Wir gehen hoch hier. Und, Freunde, ich glaube, es ist mal wieder eine Zeit. Ihr wisst, was passiert, wenn wir Mountain Dew trinken. Nicht so gesund für uns auf jeden Fall, dieser Energy Drink. Ich würde sagen, ich trinke ihn mal. Und, ja, was soll ich dazu sagen? Das ist eine riesige Wand! Oh Gott. Ein riesiger Mixer, der hier auf jeden Fall einmal gerade am Start war. Oh Gott, also dieser Mountain Dew Drink, Freunde, den kann ich euch auf jeden Fall gar nicht empfehlen. Holen wir mal hier oben auf Sniper-Basis noch ein paar Leute mit der Painful Gun weg. So, du da hinten. Guck mal, die macht nur richtig wenig Schaden, ne? So, und gleich war es das. Oh, jetzt läuft sie weg. Jetzt läuft sie weg. Aber, nee, nee, kein Entkommen. Ja. Oder? Ja, das war's mit dir. Ciao, ciao! Okay, was ist das nächste Desaster? Bigfoot? Huh? Wie ist denn auf einmal ein Bigfoot? Oh mein Gott! Nein! Oh Gott, ich dachte schon, er wäre hinter mir her, Freunde. Aber alles gut. Alles gut. Er ist noch nicht hinter mir her, solange... Oh, wie hoch der auch springen kann, ne? Er ist hinter mir noch nicht so lange her, solange... Oh, da ist er, glaube ich, gefangen. Kann ich ihn abschießen? Biggie! Biggie-Fudi! Also, uns kann er nix, Freunde. Sag ich mal so. Uns kann er gar nix. Ja, was ist los, Bigfoot? Ah, haben wir überlebt. Sehr schön. Wie viel Geld haben wir mittlerweile? 725. Wir können mal kurz gucken, was wir uns kaufen können. Nicht, dass wir schon wieder irgendwie aus Versehen Sachen kaufen. Okay. Oh Gott, nächstes Desaster. Schon wieder Zombies, Freunde. Das kennen wir doch schon. Würde ich sagen. Schnell rauf hier. Ja, sehr gut, der ist runtergefallen. Und jetzt schnell was kaufen. Was? Eine Waffe für 5000. Ne, das brauchen wir nicht. Wir kaufen uns hier wieder einen Granatwerfer. So. Ne, ne? Okay, ich konnte ihn noch nicht kaufen, weil ich nicht genug Platz frei habe. Das heißt, ich muss einmal sterben. So, ich lasse mich jetzt mal killen hier von dem Zombie. Na, hol mich doch. Ja, was ist los? So, lasse mich jetzt mal killen. Jetzt sind nämlich unglaublich die ganzen Sachen weg. Und jetzt können wir uns, glaube ich, gleich als nächstes mal so einen kleinen Noob Tube. Weißt du, können wir uns doch mal kaufen. So, laufen wir da mal hin hier. Noob Tube. Der muss doch hier da irgendwo. Da, seht ihr. Hoppla. Kaufen wir. Giant Zombies als nächstes. Na, dann ist doch gut, dass wir einen Noob Tube haben. So, hier und. Ha! Oh Gott. Hey. Hey. Nein, die sind schneller als wir, oder? Ne, alles gut. Oh Gott, wir haben einen erledigt schon. Rein da jetzt. Schnell. Oh Gott. Oh Gott, das war richtig knapp. So, Noob Tube raus und nach den Bums. Schieß doch. Warte mal, können wir da eine Bananenschale hinschmeißen? Äh. Äh. Wir brauchen Leben, Freunde. Wir brauchen Leben. Hier, Noob Tube raus. Irgendwie lädt er den nicht nach, ne? Irgendwie können wir damit den nicht nachladen oder so. Oh, okay. Aber wir drei Leute haben survived und darunter brauche ich. Also, von daher, die großen Zombies passen leider nicht in unsere kleine Burg rein, ne? Was wollt ihr machen, die blöden Zombies? Na, also das Desaster kennen wir doch schon. Es ist wieder die Schockwelle, die gleich kommt. Und. Ja. Oh Gott, können wir noch rüberspringen? Na, natürlich nicht. Aha. Das Desaster kennen wir doch auch schon. Snoop Dogg am Start. Sehr schön. Also hier, okay. Ja, der müsste da gleich irgendwo auftauchen. Und dann, ja, da ist er auch schon am Start. Guck mal, man kann ihn nämlich kaum sehen, weil er wie so ein Papier dick nur ist, ne? Ja, okay. Also, jetzt hängt er da unten, glaube ich, fest, oder? Oh, wo ist er? Wow. Da ist er eben außen nicht gekommen anscheinend. Oh Gott, Freunde, allzu guter Letzt haben wir hier nochmal ein großes Paintball-Match. Okay, und du hier, du bist mir ein bisschen zu aktiv. Komm, das war's mit dir. Ja, den holen. Oh, ich wollte hier ganz schön aufgetroffen. Sag mal. Ich seh ja gar nichts mehr. Wo muss ich lang? Wo muss ich lang? Ey, schon wieder. Von hier hier. Du brauchst doch gar nicht abhauen. Irgendwo läufst du doch hier vor. Ja, 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 die hab ich gleich. Die hab ich gleich. Da will sie abhauen, da will sie abhauen. Äh, vor mir nicht, vor mir nicht. So, schnell raus die Reportage. Ah, okay, sie hat's überlebt. Na gut, Freunde. Also, das waren auf jeden Fall wieder ziemlich coole Desaster, würde ich sagen. Es hat auf jeden Fall mal wieder ultra Bock gemacht. Wenn's euch auch gefallen hat, gerne auf den Like und auf den Abo-Button. Und wenn ihr noch weitere Desaster-Folgen sehen wollt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Tut mir einen Gefallen, checkt noch gerne eins von den anderen beiden Videos aus. Wir sehen uns im nächsten Video. Habt einen schönen Tag. Bis dahin und ciao, ciao.